Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Komm zu mir! Komm zu mir! Ich habe mein Geheimnis noch keiner Menschenseele anvertraut. Sie hatten diese Anfälle seit Ihrer Kindheit. Erzählen Sie mir, was Sie können von Anfang an. Es ist wie ein Traum. Es war unsere Hochzeit. Als wir uns umtreten, waren einfach alle tot. Der Gestank Ihrer Körper war abscheulich vor mir stand. Der Tod. Aber ich war niemals so glücklich. Ich... Diese Kreatur hat eine Macht, die stärker ist, als das Böse. Sein Wunsch besteht darin, alles Leben auf der Erde zu verzehren. nur Sie können uns verlösen. Er wird kommen. Es gibt einen Teufel auf der Welt und ich werde ihm begegnen. Du könntest mich nie so befriedigen wie er. Nein! 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 Ich bin bereit. Mein Name ist enthält. Ich werde Mannheim tragen. Der Zeit ist jetzt klar. Teufel. Derbertut Vielen Dank.